jo leute willkommen bei masker c ihr hört es regnet wie sau da hagel dabei halt ich wollte ich ja hier im garten mal den traxas ausfahren aber na ja schauen wir mal wie es entwickelt ach war die habe ich auch mit name wie evo aber ihr seht das wetter verdammt hat gerade übelst angefangen und jetzt kann ich wahrscheinlich wieder einpacken ihr seht leute hagel es lässt langsam nach mal schauen vielleicht kriegt man eine runde hin so leute der tte 01 von carson zu gast auf der gartenstrecke wollen dann gleich mal ein paar wheelies ziehen das wetter passt jetzt doch noch und aus geht's so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, wieder zurück. Ich bin wieder zu Hause. Auto ein bisschen sauber machen. Und ja, war auf jeden Fall geil heute. Noch einen anderen RC Atzen da gehabt. Von daher zu zweit. Macht es immer mehr Spaß. Hier wisst ihr, wie es ist. Bis zum nächsten Mal. Lasst wieder einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und ciao, ciao.